Les deux oranges au milieu. Et voilà, on voulait cette confrontation, on l'a eu, mais ça a été jusqu'au bout, hein? On a vu l'avant-dernier réel. Et Simon Ehhammer, 13,38 pour un 10-Kaempfer. Ja, il faut se poser la question. Est-ce qu'il est un joueur, un weit-springer ou un 10-Kaempfer? Oui, c'est toujours la grande question. Sur quoi on peut partir pour des Jeux Olympiques? On va voir... Fabio Küchler holt sich mit einer weiteren Zeit unter 14 Sekunden die Bronze Medaille. Er hat das Ziel avisiert, er hat es erreicht. Und zwar in 1... 13,26. Nein, ich glaube es ist okay, der Start ist gut gewesen. Es ist alles da, es muss einfach die Puzzle-Stücke zusammenpassen. Und dann wird es schnell noch runter. Ist okay. Äh... Der Simon hat gesagt ja, ich werde alles machen, ich werde ihn stören. Er hat gut gestört, gell? Oder mühsamen Sieg, Mann. Also... Es ist so anstrengend, bis ich höre den Sex. Und dann werde ich etwas nervös, dann schlaue ich an. Dann sollen wir aufhören mit so Faxen. Das hat er extra gemacht. Zwei Weltklasse-An-Finter-Tour. Herzlichen Applaus! Jason Joseph! Ich bin gespannt, was der in Paris zeigt. Ein grosser Druck. Es war sehr interessant. Jason Joseph! Er hat gesagt, was ich gemacht hat, Simon? Bis zum 6. Er ist da. Und dann muss er noch aufhören, wenn etwas passiert ist.